Der Postcode-Monatsgewinn im Februar geht nach Sturko in Brandenburg. Wir verteilen wieder 1,2 Millionen Euro, 600.000 Euro im Postcode und 600.000 Euro in der Postleitzahl. Los geht's! Oh, zu spät! Na? Na, wie geht's? Gut, wie geht's Ihnen? Mir geht's sehr gut. Sehr aufgeregt. Dann greifen Sie zu. Oh Gott! Oh, okay! Das ist euer Ernst? Herzlichen Glückwunsch! Danke! Jetzt müssen Sie mir was verraten. Wie viele Lose haben Sie denn? Zwei. Wissen Sie, was das bedeutet? Schauen Sie mal, was ich hier noch habe. Oh, nee! Oh, doch! Wollen Sie? Danke, 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 danke. Unser nächster Gewinner hat drei Lose. Das bedeutet, er bekommt drei Schecks. Wollen wir reinschauen? Ja. Oh, jetzt. Super. Danke. Können Sie noch mal ziehen? Danke. Oh, noch mal. Super, super, danke. Noch mal gerne. Und die Nummer drei. Oh, das war Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Seit wann spielen Sie denn schon bei uns mit? Einmal jetzt. Erstmal jetzt. Nein, doch. Wuhuuu! Wer hat denn das los von Ihnen? Äh, ich. Sie haben das los? Ja, meine Frau wusste davon gar nichts. Nee. Dann schauen wir mal rein, oder? Ja. Los, du jetzt. Ja, soll ich mal? Jetzt werde ich halt mal fest. Ja, mach mal. Ja, cool. Und drei Lose bedeutet drei Schecks. Dann dürfen Sie zusammenziehen. Willst du mitmachen? Ja. Ach, ist das schön. Ach, da freuen wir uns. Ja. Sind das schön. Auch cool. Danke. Bitte. Ist halt schon schön, wenn man das eine für sich macht, so wie heute, und das andere dann halt für die sozialen Sachen in der Umgebung. Ein wunderschönen guten Tag. Oh mein Gott. Erstmal einen Blumengruß. Oh, vielen Dank. Ein kleiner Frühlingsgruß. Ja, wie nett. Danke. Aber das ist nur der Vorbote. Wir haben hier natürlich noch eine größere Überraschung für Sie. Wenn Sie gerne mal hier an dem Einfluss. Oh mein Gott. Die haben noch nie was. Die wollen da. Das ist Wahnsinn. Die Überraschung geht weiter. Oh. Oh, Stimmi. Dann kann ich fest. Aua. Aua. Wow. Wahnsinn. Also, ich muss sagen, ich habe es im Fernsehen schon oft gesehen, ne? Aber, dass das so funktioniert, ich habe keine Worte. Vielleicht fassen Sie hier an und ziehen langsam. Oh. Nee. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na, danke, 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 danke. Überraschung gelungen. Oh mein Gott, ich bin völlig fertig. Ich habe zu meinem Mann gesagt, das Erste, was ich mir kaufe, ist eine Dekopiersäge. Und dann würde ich Sie bitten. Das ist der Wahnsinn. Der Superwahnsinn, ehrlich. Und das ist natürlich noch nicht alles, ne? Ja. 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 Der ist ja doppelt im Wahnsinn. Ehrlich. Zwei Lose. Dann haben wir mal frei genommen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020